So, Alter, das sieht alles ein bisschen hart dunkel hier aus. So, das ist schon ein bisschen hart. So, das ist schon nice mit den ganzen Gegnern. Okay. Hey, aber wir können das ja jetzt mal ausprobieren. Kommen die jetzt mit dem Frachter? Okay. 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 Alter Schwede. Nice. Nice. Okay. Okay. Wie viel kommt denn da, ey? Okay. 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 Hast du das gegen die Dreadnode so geschafft? Hast du das gegen die Dreadnode? Holy Oh alter Schwede Das ist echt cool gemacht Ah ok Da muss man ja einfach mal gucken Ich glaube gleich muss ich weg Oh Oh tschüss So 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 So, das Spiel ist endstufemäßig gecrasht. So. Ja, ich konnte mit der Maus nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr laufen, kein gar nichts. Ich konnte auch kein Tab, Escape und sonstiges drücken. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht mehr laufen. Immer wenn ich OK drücke und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ist das normal? Okay, dann warten wir einfach mal. Da passiert nix. Nee. Und meine Tastatur funktioniert. Oh mein Gott. Oops. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt ein anderes Save Game mal laden und dann wieder rein. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, ich habe mir heute in einem... Ich habe mir heute in einem Möbelladen... ...Bürobedarf Möbel laden. Einen Stuhl angeguckt. Das Vorgängermodell von dem, was ich auf der Arbeit habe. Oder nee, nicht Vorgängermodell, sondern eine Kategorie darunter. Ich muss wieder Geld sparen. Okay. Dann testen wir mal. Ja, also jetzt brauche ich... 530 Euro. Mal gucken. Vielleicht wird das nächsten Monat schon was und dann... ...holt ich mir einen neuen Bürostuhl. ...holt ich mir einen neuen Bürostuhl. Ich merke das schon, weil du sollst zur Anomalie um und zum Terminal zu gehen. wieder zu gehen. Ich... ...ügg... ...ügg. ... ... ... ... Super, danke schön dir auf jeden Fall. Okay. Ach, alles gut. Kein Stress. So. Ich wollte mal was gucken. Ich habe nämlich hier drüber Platz. Das will ich mir mal angucken. Das könnte bestimmt auch ziemlich lustig werden. Das war's. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Momento, so Mal gucken, ob das klappt Ein Momento, so Und jetzt einfach mal Zur Anomalie-Reise kille ich dann Deinen Spielstand Ah, okay Ja, macht Sinn Äh, wo ist denn hier der Eingang? Ja, wo ist denn hier der Eingang? Ah, da. So, ich würde das jetzt mal testen. Oh, ich, ich teste mal. Oh. Okay. Moment. Ach. Okay, ich muss dann, ah, damit der Save Game komplett überschrieben wird, oder wie? Ah, okay. Okay. Ja, dann. Okay. 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 Also dein Frachter sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ja, das glaube ich auch. Also ich kann sagen, die archätonische Vielfältigkeit dieses Kreuzers ist augenscheinlich. Begutachten sie die Leuchtobjekte hier und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Himmel, Herrgott, noch einen. Okay. Dann fliegen wir jetzt mal zur Station. Ah, habe ich mich gerade erschrocken. Oh. Okay. 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 Dann warte ich auf weitere Anweisungen. Ah, okay. Okay. Okay, und jetzt steige ich am besten aus, oder? Okay, cool. Dankeschön. Was bekommen Sie denn? Verdammt. Nö. Okay, ich würde gerade mal gucken. Ich würde gerade mal gucken. Ich würde gerade mal gucken. Okay. Okay. Also einige hatten hier jetzt noch... Oh Gott. Cool. Cool. Auch gebackt. Also... Was ich jetzt gerade gelesen habe, war... Ein anderes Savegame kurz spielen. Ich teste mal. Mal gucken. Okay. 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 Oh, was denn? Okay. 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 Ich hab kein